Ja, sehr gut. Ganz toll. Werdende Mutti, macht den Mund mal zu, bitte. Ja, freundlich schön. Ganz super. Fein. Ein freundliches Ereignis steht euch bevor und da kann man ein bisschen schmunzeln dazu. Und jetzt bin ich müde, ich hab Hunger, ich hab noch nichts gegessen. Und ich bin einfach nur kaputt. Es reicht. Als man Assistenzarzt war, dann hat man Angst vor denen, regelrechte Angst. Herr Katrin, wie geht's denn? Alles okay? Man versucht sich dann so ein, zwei Hebammen so zu greifen, wo man hofft, dass man mit denen auskommt. Mit allen kommt man ja nie richtig 100 Prozent aus, das ist logisch. Ich find einfach so eine Geburt so was Irres, ja, dass ich als Hebamme dabei helfen darf. Dass so ein kleiner Mensch auf die Welt huschelt, ja, das find ich einfach ganz, ganz ergreifend. In der Bundesrepublik gab's bis jetzt einen Geburtshelfer, der das gelernt hat, aber da hat man dann später nichts mehr drüber gehört. Hast du überhaupt schon so ein BD mit Maschen, Föhnen, Legen gesehen? Also du musst als erstes aufpassen und das geht also nur, wenn jemand taus sitzt, mit Hilfe von Wohls selber. Ich lehne mich eigentlich auch nicht danach. Ich stelle mir das als komplizierten Prozess vor, den ihr nicht unbedingt beivohlen müsst. Fakt ist eines, und das hat wahrscheinlich der liebe Gott so festgelegt, wenn die Männer die Kinder kriegen würden, wäre die Menschheit ausgestorben. Leute, macht Kinder. Macht Kinder, ja, weil Deutschland braucht Kinder. Hört Augenholen und macht Kinder.